Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Darf ich das nicht mit der Goldschaufel abbauen? Ernsthaft? Leute, ernsthaft? Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt mal ehrlich. Ich habe den Goldkies nicht aufgenommen. Klang das gerade wie ein Enderman-Port? Leute. Ähm, ähm, ähm... Ne, die Erde bleibt bei mir. Komm, pack erstmal alles rein. Kohle, äh... Ich hätte das, glaube ich, nicht mit der Golddings machen dürfen. Ach, Kacke. Ja, gut. So lernt man. Ähm... Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Wo bin ich denn? Da oben. Weiter in die Richtung wollte ich. Aber da ist schon wieder so... Und wenn ich den ganz schnell durchquere? Ich versuche den so schnell wie möglich zu durchqueren. Geh unter, Sonne. Geh unter, Sonne. Dieser Creeper-Hut, ne? Der macht mich manchmal nervös. Aha. Ah. So. La 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 la. Eisenkies. Okay, das geht nicht. Und der geht einfach nur kaputt. Ernsthaft? Also, Gauchhaufeln sind Mist. Ah, da, 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 da. Okay. 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 Zitzen Nichts von Bedeutung, außer etwas Kohle. Ressourcen sammeln, weißt du? Aber hier hinten sieht verdächtig aus, ne? So, wenigstens dafür muss die doch taugen. Nö, hier ist auch nichts. Schade. Oh, äh, welche Richtung müssen wir, ähm, ja, wir stehen hier. Wasser. Scheiß, angreifer immer. So, wir durchqueren dieses Gebiet einfach nur schnell. Weil, äh, ich mag dieses Sumpfige nicht. So, wir durchqueren. Oh, Schlange, bin ich auf dich drauf gesprungen? Es tut mir leid, das war keine Absicht. Und den Maranen gehe ich aus dem Weg. Was haben wir denn da? Eisenerz. Was ist das? Das ist Bergkreuters Freude. Ich hab immer noch nicht rausgefunden, was das sein soll. Eisenerz. Wie soll ich nur drei Eisenerz? Ah, irgendwas ist doch hier. So, jetzt fünf. Hoppala. Oh, okay. Ähm, ähm. Das heißt, ich muss meine Eisenhacke noch machen, schnell, ne? Dafür muss ich aber die Eisenbahnen erstmal herstellen. Das heißt, ich muss mir den Ofen irgendwo hinstellen. Und dann kann ich mir mal eben schnell ein paar Eisenbahnen brennen. Ah, hallo. Ach du Scheiße. Ui, ui, ui. Ich will da nicht rein. Halt. Zinn. Warte, lass mich kurz ausprobieren. Ne. Zerstörte einfach. Du Idiot. Echt. Zinn. 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 Hallo? Wie schnell da rüber? So, da rüber. Und dann stelle ich mal eben den Ofen auf. So, hier sieht es doch gerade erstmal gut aus, ne? Ja. So, wir brauchen den Ofen. Und die Kohle. Ach komm was jetzt. So, äh... Ofen. So. Viel Kohle reichen. So, mach mal schnell fertig. Lalalalalala. Oh, scheiße hier. Kannst alle weg tun. Taugen alle nix. Die Echse taugen vielleicht bei den Bäumen was. Aber sonst... Warte mal, taugen die Echse bei den Bäumen was? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Schau, schau, schau. Da gibt's das warte mal. Warte mal. Offen. Wieder hier rein. Äh, die Kohle können wir auch so lange hier rein tun. Das heißt wir brauchen eine Schaufel, eine normale Schaufel, eine normale Schaufel reicht Die goldene Axt können wir auch behalten. Wo ist die Erde? Hier. Wo war es jetzt? Hier, das kann ich ja nicht so lassen, wie sieht man es aus. Gut, dann schlafen wir noch ein bisschen schneller. Wird doch schon wieder dunkel. Ach, dann warten wir eben halt einen Moment. So, jetzt. Ähm, Spitzhackel? Nein, ich packe mal die Fackel wieder hier hin. So, die Schaufel können wir auch hier lassen. Gut, äh, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ähm, ja. So, mal eben auf den Berg und dann mal gucken, wie das Land da unten aussieht. Ja. Nein, immer noch so. Oh, wieso? Wieso denn? Bitte? Marmor an Marmor draußen? Oh. Schon wieder so ein totes Land. Du, 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 du. Oh nein, die Birke. Was ist denn hier passiert? Das geht so nicht. Das kann ich so nicht lassen. Tut mir leid. So, komm her. Wie sieht das aus? So. Pilze. Aha. Ja, sei still. Oh, den Baum könnte ich eigentlich, darf ich eigentlich auch nicht so lassen, aber... Was willst du machen? Schwarz-Eiche? Ja. Hab ich mich jetzt erschrocken. Mhm. 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 Das sind ja schöne Landschaften hier. Aber ich hab noch ein paar Deck, was ich wirklich... Also, naja, wir gehen... Ich geh ziemlich un... äh... Ungeplant voran. Aber trotzdem... Gibt es ja so ein paar Sachen, weil ich hab noch kein richtiges Wüstenbiom gesehen. Aber das hier sieht auch klasse aus. Oh, endlich wieder normale Landstriche hier. Mhm. Menge Holz. Man könnte hier eine Menge Holz, äh, schlagen. Alter, wie geil ist das denn? Was ist das denn? Ach, das... Du bist ne Ziegel. Ich dachte, das wär ein Hirsch oder so. Guck! Guck! Gut, dass keine bösen Ritter da sind. Hoffe ich. Der war doch letztes Mal auch so ein unsichtbarer Wächter, ne? Oder der Wichtília hat mich hier gesagt. Nein, hehehe? Puh, ich bin dran. Puh, ich bin dran. Puh, ich bin dran. Hör dann, wie kann man sich das denn? Ja? auch gut aus ich habe eine schere bei eine steinschere funktioniert die auch ein bisschen schweres kranken zeug, kann man immer gebrauchen oh da komme ich nicht lang muss ich da einen kleinen umweg gehen, nicht wahr auch schön oh nein gut das heißt ja auch live in the woods da muss man ja davon ausgehen dass hier eine menge woods sind wo bin ich? ach da oh du Schlange ach ja auf Wanderschaft, auf Wanderschaft coole Schlucht aber wie kommt man da runter? wie kommt man da runter? da gibt es keinen natürlichen weg nach unten oder? ja das ist ein sehr böser Sturz schade aber auch da ist ein Eichenbaum na wie geht es so? da ist ja da ist ja da ist ja da ist ja da Boah das ist echt schön ne. Schön und gefährlich. Willkommen in der Natur. Wir sollten mal kurz auf den Berg steigen. Ja, wo ist die Erde? Okay. So jetzt einfach raus stürmen. Plumps, Sturz in den Tod. Ich muss gleich mal ein Happen essen. Okay. Hm. Okay. Ah Tiger, wie geht's so? Darf ich dich auf nen Burger einladen vielleicht? Einer hat schon gereicht? Okay. Nein. So, warte mal. Ja, ja, reg dich nicht auf. Ich tue dir ja nix. Ich mache ja doch nur ne Pause. Das war's. So, wir schlafen auf der Spitze des Berges. So, guten Morgen. Gut, in welche Richtung gehen wir? Ich würde sagen, in die, ne? Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt... Du hast schon wieder vergessen, irgendwelche interessanten Punkte zu... zu benennen. Obwohl, außer Sumpf haben wir noch nichts Schönes gesehen, ne? Das ist, äh... die bedauerliche Wahrheit. Brauchen wir nicht. Au. Alles dieses Tüte? Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Oh, oh. Oh, shit. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Ich muss, äh... Ja, ich muss in die Richtung. Ich kann mich dann da jetzt wiederholen. Ah. Du Idiot. Nein. Du nimmst das Bett wohl auf. Alter, bist du doof? So, ich bin jetzt auf die Seite rüber. Ui. Uiuiui. Den Mutigen gehört die Welt. Aua, ja. Das hat wehgetan. Ja, ja. Ist ja gut. Aua. Scheiße. Zu kurz gesprungen. Nicht witzig. Bruchstein wächst hier. Ey, du Kuh. Wir sind unterwegs auf Anderschaft. Überall nur dieses Sumpfzeug, ey. Das, äh... Nee. Ich will mal was Schönes entdecken. Und willkommen, wir haben schon ein paar schöne Sachen gesehen. Wir sind ja auch noch nicht so lange unterwegs, nicht wahr? Ja. Ja, du hast recht. Oh, ein Traum-Dings. Hattest du gerade ne Jason-Maske auf? Blödes Schwein. Ne, ne, ne Schweißer-Maske, wie geil. Ja, Schwein bei der Arbeit, ne? So. Allzu viel haben wir noch nicht gesehen. Also so an neuem Kram. Ich muss wirklich, ich muss wirklich mal in eine Höhle rein. Aber da will ich eine schöne, eine schöne finden. Ich muss so ein Gefühl haben, dass mir sagt so, okay. Hier kannst du jetzt mal rein. Das sieht ja wohl auch geil aus, oder? Und da haben wir doch schon was gefunden. Jetzt guckt euch das mal an. Sieht das nicht Hammer aus? Krass. Wahnsinn. Echt schön.